Hallo und herzlich willkommen und willkommen zurück zu ULive. Ja, und heute geht es ULive. Wir haben jemand anders dabei. Yama, sag mal hallo, hallo Freunde der Blöcke. Ja, wir haben ein Yama wieder da. Hallo Freunde der Blöcke. Ja, und willkommen bei Minecraft ULive. Ja, wir sind wieder, so wir sind wieder, wir sind wieder auf dem, ja. Ja, 13. Folge jetzt. Ah, guck mal, guck mal, was da mit meinem neuen Schuh passiert ist. Guckt euch mal das hier an. Ach ja, stimmt. Ihr kennt die Warcraft, mir ist gestern was echt Böses passiert. Ein Hexer hat bei Warcraft mein Haus kaputt gemacht. Jetzt aber Bücher, Bücher. Steve, jetzt riecht dich ein bisschen ab. Okay, ja, und ihr dürft meine Halle auch. Jetzt riecht mich mal mein Freund. Ihr dürft, ihr dürft mal hallo sagen. Hallo. Ja, ja, ihr wisst, ja. Ich hab, ich hab mein Züge, Yama. Ja, ich bin wieder da. Ja, scheiße, bei mir ist schon gleich der Akku leer. Ja. Was ist? Äh, Uni. Ja? Okay, lieber mal. Hier hin. Und Sponj, du kommst hier hin. Juhu, ich hab mir immer endlich erwartet. Äh, Leute, für mich ein bisschen nichts anders machen. Die Decke, weil da hinkommt. Ja, ich beende jetzt auch schon wieder meine Aufnahme und sage dann wieder. Ja, bis zum nächsten Mal. Und tschüss. Nein, es war Spaß. Ja, oder. Äh, 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 Steve, ich hab deinen Namen vergessen. Ach, ich schreib. Ach, ja, stimmt. Steve, Steve, Ausrufezeichen. Ja, ich schreib. Ja, Steve, Ausrufezeichen. Tu dich auf dem, die Liste oder ein Buch. Warum liest du da ein Buch, Steve? Steve. Warum machst du das, Steve? Jetzt bin ich Steve. Steve. Ja, ich bin nicht froh, dass du vorhörst. Jetzt bin ich Steve. Ja, das bist du schon immer, Feel You Life. Ach, ja, bald. Ab nächste Woche kommt was Neues. Ja. Ein neues Projekt. Ja. Ab nächste Woche. Ja. Ja. Nee, ab morgen, ab, ab, äh, gleich kommt ein neues Projekt. Wie heißt das? Eins Woche. Nein, das heißt anders. Anders. Ja, bald kommt wieder Kinder an Computer. Dreimal, aber bald. Morgen machen wir das zwei, die zweite Folge von Klavier, Kinderklavier. Ja, dann singen wir von mir. Versteht ihr es? Aber ohne Steve leider. You Life machen wir dann immer um, die machen wir dann nur mittags, morgens und abends. Er ist tief, er soll nicht schlafen. Aufwachen, aufwachen, du Kleiner. Oh, entschuldige. Oh, nee. Oh, nee. Oh, leckt mich an Scheiße. Wow, entschuldige. Beep, 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 beep. Nein, nein.